Was ist denn die Weige für das Gewerbe? Die Weige ist für das Gewerbe des Werdenbergs sehr wichtig. Hier präsentieren wir uns unsere Marktschärfe, unsere Vorzüge. Wir geniessen das hier mit der Bevölkerung zu kommunizieren, miteinander zu sprechen, miteinander Geschäfte ansteigen, miteinander Kontakt zu pflegen. Wunderbar! Und für uns als Werdenberger Wirtschaftsorganisation ist das natürlich eine unheimliche Sache, dass wir hier beteiligt sind an dieser ganzen Weigenmesse AG. Und wir würden noch einen grossen Teil von diesen ganzen Ausstellungsflächen sein. Dann sind wir verantwortlich. Und das ist cool. Und sie können profitieren, wir können profitieren. Alles super hier. Ist aber ein riesiger personeller Einsatz, und auch finanziell natürlich? Das ist wichtig, der personelle Einsatz. Das sind x Stunden. Finanziell sind wir auf einem gesunden Weg unterwegs, sage ich. Es ist okay. Wir leisten einen Haufen. Das sind wir einen Haufen nicht. Es passt so für uns, für alle. Das ist eigentlich fast eine Win-Win-Situation. Also für euch jetzt, oder natürlich auch für die Weigen? Das ist für alle ein Win-Win. Wir können auch nicht selbst aufstellen, sondern selbst. Sie kommen nicht ohne uns. Es ist Win-Win. Es ist Win-Win. Und man muss schon mal schauen, die begeisterten Leute, die Gemeinschaftsstellen, die wir haben, die selbst. Das ist unglaublich, was die einen Tag lecker und selber leistet, dass das so ist. Und die Bevölkerung spürt und merkt, dass wir richtig gut unterwegs sind. Und gerne alle sagen Online-Bestiller, Online-Handler. Aber da zeigt sich, es ist eigentlich etwas wert, wenn man in persönlichen Kontakt kommt. Ja, schau, es kommt darauf an. Brauchst du etwas, das 3 Franken kostet, dann ist das kein Problem. Dann wirfst du den Kübel, wenn es nicht wert ist. Aber wenn du eine Dienstleistung willst und einen Handwerker, der irgendetwas fabriziert und macht und herstellt, dann ist es schon cool, wenn du ihn anlösen kannst. Du bist jetzt wirklich in der Ordnung nach zwei Jahren. Oder muss man da auch noch schauen. Und das ist jetzt schon das Wert. Und das ist unser Gewerbe im Werdenberger. Das ist wichtig. Das ist wichtig.